Christina Luft, 31, und Luca Henni, 26, lernten sich 2020 bei Let's Dance kennen und wenig später auch lieben. Doch wie ernst ist es zwischen den beiden wirklich? Das verriet die Profitänzerin kürzlich während einer Fragerunde. Let's Dance Christina Luft. Ein Baby mit Luca Henni? Christina Luft und Luca Henni schweben seit über einem Jahr auf Wolke sieben, nachdem die beiden 2020 gemeinsam bei Let's Dance über das Tanzparkett geschwebt sind und sich am Ende sogar den dritten Platz ertanzten. Funkte es auch privat zwischen den beiden. Bis heute sind Christina Luft und Luca Henni super happy miteinander und offenbarten noch im April, dass sie sogar planen, ihrer Fernbeziehung ein für alle Mal ein Ende zu setzen und zusammenziehen zu wollen. Kein Wunder, denn aktuell trennt die Kölnerin und den Berner eine Entfernung von über 500 Kilometern. Aktuell passt es für uns so. Aber früher oder später wollen wir uns schon entscheiden, wo wir gemeinsam leben wollen. Wir wollen zusammenziehen, verriet der DSDS-Sieger von 2012 laut Blick.ch. Let's Dance Christina Luft. Erst heiraten und dann ein Baby. Doch das könnte möglicherweise noch nicht alles sein. Vor kurzem stand Christina Luft ihren Instagram-Fans nämlich Rede und Antwort. Und die wollten von der hübschen 31-Jährigen wissen, was sie über das Thema Heirat und Kinder denkt. Erst Hochzeit, dann Kinder. So ein neugieriger Fan. Und Christina antwortete prompt. Eigentlich egal. Aber es wäre für mich persönlich schön, erst zu heiraten und dann ein Baby zu bekommen. Ob Luca Henni und Christina Luft hier schon konkrete Pläne haben? Das weiß wohl nur das beliebte Let's Dance Bar selbst. Aktuell scheint sich die 31-Jährige allerdings eher auf ihre Karriere konzentrieren zu wollen. Erst vor wenigen Tagen ließ sie ihre Follower wissen, dass sie eine bittere Enttäuschung verkraften musste, die etwas mit einem Job zu tun gehabt hätte, für den sie am Ende eine Absage bekam. Autsch. Aber wer weiß, vielleicht hat die Tänzerin ja genau deshalb jetzt Zeit für die Zukunftsplanung.